Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go, 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 Go! Konnichiwa ihr lieben Ninders und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Unravel 2 zusammen mit MG. Guten Tag. Im lokalen Koop. Im lokalen Koop auf 630 Kilometer Entfernung. Oh oh, ich glaube er jagt uns jetzt nochmal ordentlich. Ne. Er wollte deinen Faden, nicht meinen. Tja, mein Faden ist ja auch länger. Naja, unser Faden ist gleich lang. Sollen wir das mitnehmen? Kannst du da rüber gehen? Nein, dann mach das automatisch. Oh Freunde, Folgen anfangen. Ich glaube wir haben wieder ein Kapitel. Dass man das immer so händelt. Der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Eieiei. Ich glaube aber wir müssen in der Folge jetzt das Kapitel komplett beenden, weil sonst speichert der nicht. Oder? Der speichert schon. Okay. Wenn nicht, dann spiel mal bis zu dem Punkt wieder hin. Na kein Thema. Würde ich jetzt mal sagen. Dann kommt langsam Farbe in den Leuchttürmen. Jo. Und ein bisschen frische Luft. Ja. Und ein neues Kapitel. Ah, jetzt müssen wir unter den Tisch oder wie? Aber da kann man ja einfach überlaufen, ne? Ab unter den Tisch. Oder? Komm mit, Junge. Kapitel 4. Stille Wasser. Sind tief. Würde ich mal sagen. Deswegen sagen wir auch selten was. Weil wir so selten hier reden können. Ja, ja. So absolut selten. Die letzte Folge war mal echt hoch konzentriert. Da war unser Wortschatz sehr begrenzt. Aber lustig. Da war unser Wortschatz. Ah, ah, ah. Weggefressen. Zieh mich, zieh mich. Wegen Unfähigkeit. Er braucht immer länger als ich, ne? Ja. Auf gute Dinge muss man einfach warten. Ja, das Spiel kam einfach direkt raus. Das ist halt krass, ne? Ich hab zum Praktikanten von mir letztens noch gesagt, dass wenn ich ein Publisher wäre, ich das Spiel einfach mal so auf den Markt schmeißen würde. Einfach so sagen, jo, hier ist es. Habt ihr, könnt runterladen. Hat das EA nicht sogar schon öfters mal gemacht? Dass sie einfach zur E3 ein Spiel veröffentlicht haben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber jetzt haben sie es halt wieder gemacht. Mir, mir ist halt schon irgendwie... Irgendwas muss man hier machen. Geh mal da drauf. Spring mal da drauf. Von der anderen Seite vielleicht. Ah ja. Vielleicht leichter. Ich hab mich hier verheddert. Komm mal. Ah, warte mal. Das war schon eigentlich gut, aber... Warte. Jetzt... Ah, nein, 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 nein. Einer muss rüber. So. Ich geh rüber. Läuft. Geh rüber. So. Dann... Ich rutsche hier immer ab. Nein, du musst schon da bleiben. Bleib einfach da. Geh rüber. Geh nach links ein Stück. Und zieh mich. Ah, du musst mich vorher ziehen. Oder? Nee. Ah. Ich halte ja nur den Faden dann fest. Ja, zieh mal den Faden. Das ist ein Hass. Du kannst ja... Ja, ich hab die ganze Zeit. Okay. Okay, und wie komm ich jetzt hoch? Warte, warte, warte. Zieh mich nochmal. Ja, ja. Ich muss da links rauf, glaub ich. Links, nicht rechts. Hm? Du musst mich... Ach so, ich muss die auch loslassen. Das ist irgendwie zu wenig Schwung. Oh, jetzt bauen wir mal. Du musst ne Millisekunde vorher loslassen, glaub ich. Ja, das ist gerade problematisch. Das ist halt dann... ...wieder das Delay, das komische. Hab ich ja schon mal gesagt. Bisschen komplifizierter will so ein Spiel. Bleibs halt immer an der Ecke hängen. Ja, ein Stück höher vielleicht. So. Ich muss halt echt Schwung haben. Was stand da? Oh, du drückst es weg. Was drück ich weg? Ich drück gar nichts weg. Du musst das Garn über und diese annehmen, um zu den Funkenmagneten gelangen. Du musst das Garn über und diese annehmen. Okay, das haben wir. Gibt es noch einen Händen? Es gibt nicht immer drei pro Level. So, zieh die nochmal hoch. So, schwing hin und her. Warte, warte, warte. Ich habe eine neue Idee. Was? Die ist noch nicht ganz ausgereift, aber komm mal hier mit. Wir müssen irgendwie da rauf kommen. Wenn du so stehst, kommst du da hoch? Ne. Ach, schade. Wirklich. Wir müssen auf jeden Fall da links rüber. Lass mich nochmal rechts hoch erstmal. Ne, wir müssen links rüber. Dann kannst du das eindrücken. Ich kann links, äh, rechts hoch. Und dann kann ich dich wieder rüber ziehen. Ja, aber wie kannst du dann rechts hoch? Du musst definieren. Ah, warte. Ja, lass mich mal. Zieh mich mal. Ja, ich zieh. Und los. Ah. Ich weiß halt noch nicht hundertprozentig, was die gute Position ist, dich loszulassen. Jetzt. Zack. Drüben. Genau, dann hältst du. Halt. Ja, ich mach. Ja. Dann zieh mich. Ja, mach ich. Ich schwinge nach rechts. Rechts ist ja auch relativ easy. Lass los. Ja. Danke. Ich hab dich. Fällig. Alter, wir sind jetzt total verknotet, aber wir haben es hinbekommen. Ja, wir kriegen das nie wieder gelöst, aber muss man auch nicht. Wir haben einen Knoten schleifen und nochmal einen Knoten draus gemacht. Okay, wir können glaube ich jetzt einfach weiterlaufen. Nee, können wir nicht. So, jetzt geht's. Wir kommen dann immer so selten weit. Naja. Naja. Hey, mal wieder eine Rutschpartie. Hä? Wie? Ah, da ist ein Dings. Den hab ich gar nicht gesehen. Ja. Der kam auch nur zustande wegen dem Stein, weil der runtergefallen ist. Auf drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Mhm. Sag du mal an. Eins, zwei, drei. Ich weiß nicht, ob man das machen muss. Ach, du musst von oben hüpfen. Warte, hüpft von oben. Ich stell mich hier hin. Nee, auch nicht. Kann man sich irgendwie schwerer machen oder so? Hm. Marzi, ich hab glaube ich die Lösung. Okay. Nee, man kann hier aber unten lang. Aber was bringt das? Nix. Ist hier irgendwo ein Stein oder so? Kann man nicht den Stein hier unten irgendwie verrollen oder so? Rechts ist, ganz rechts ist ein Faden und in der Mitte sind noch zwei Fäden. Oben meinst du? Mhm. Lass nochmal zurück kurz. Hier war doch was mit dem Stein. Komm mal mit. Ja, aber den Stein kriegen wir noch nie im Leben rüber, oder? Ich weiß es nicht. Da oben verknoten, hier verknoten. Ach, sind da zwei Knotenstellen. Warte, ich knote. Ja, passt. Achso, muss nur... Wir müssen nur richtig knoten. So, ich löse die Knoten. Ah, jetzt haben wir eine Wippe. Hier rechts ran. Ich zieh. Halt dich fest, hast du? Ja. Wohin? Bist du sicher? Okay, den Punkt haben wir scheinbar bekommen. Du hast dich nicht festgehalten. Oh. Fan. Machst du den? Ah. Ich muss zuerst. Zack, hoch. Unfähigkeit lässt grüßen, ne? Zack, hoch, sag ich. Ja, macht gar nichts. Du musst mich hochziehen, ja. Muss man da noch ein Stück? Oder muss ich an dich spinnen? Das kann man auch machen, warte. Ja, ja. Dann können wir halt doppelt so lang machen. Boah, was bringt uns das? Dass ich easy hier reinkomme. Ja, halt mich. Ja, ich hab dich. Du musst, glaube ich, ein Stück hör erstmal. Ah, jetzt müssen wir hier rüber. Habe ich? Halt mich? Ja. Oh, oh, das habe ich direkt. Hab dich? Ah. Äh, ja. Ja, so. Ziemlich hoch. Ja, danke. Alter, die Rätsel werden schon knackiger. So ist nicht. Ja, ist aber auch gut, ne? Ja, klar. Bisschen Schwierigkeitsgrad muss man ja haben. Der muss schon anziehen. Was ist das? Am Ende haben wir es komplizierter gemacht, als wir hätten müssen. Wahrscheinlich. Und runter. Okay. Ich folge immer dem Weißen. Okay. Hä? Warum ist hier was? Wieso ist hier ein Loch und wieso ist da ein Faden? Also, da kann man nicht mehr weiter. Hm. Ah. Ah. Wirp. Oben. Komisch. Ach, da ist noch so ein komisches Licht wieder. Ja. Zusätzliches Licht. Halt wieder so ein Gimmick. Wesen. Ich nehme den Stein direkt mal mit, ne? Ah, ja. Meistens haben die ja irgendeine Bedeutung, die Steine. Ah, die sind sehr steinig und schwer. So, hoch damit. Ja, erstmal überlegen. Ah, dein Ernst? Beep halt. Der steht da hinten gegen. Ah. Ah. Praktisch so ein Ding. Da fragt man sich kurz. Ja, wieso stellt er sich komplett auf? Ah, die Level-Designer haben hier schon Mühe reingesteckt in die ganze Sache. Muss man schon zugeben. Man muss erst wieder irgendwas unten erlegen hier, glaube ich. Ich falle hier schon wieder runter. Ja, so wird das nix. Wir sind schon wieder total verknotet. Was muss man hier erlegen? Hier müssen wir unten nix machen. Das ist einfach nur zum Ärgern. Glaubst du das? Dass man hier runterfallen kann. Ah, da ist ein Ding. Das hab ich gar nicht gesehen. Was du nie die Dinger siehst. Ich stehe nochmal nicht so auf Dinger, weißt du. Ach so. So, oben. Ach, man kann. Wieso machst du nur eher ne Runde? Ja, ich dachte. Ich bin halt ein Ehrenbruder. Ehrenbruder, Ehrenrunde. Wie kommt man hier? Ja, geil. Muss man echt zurück? Muss man das nochmal machen? Weil es Fresh wieder verkackt. Du bist doch genauso da unten. Und egal. Fresh hat es verkackt. Okay, wie macht man das am besten? Nein, falsch. Ah, wir müssen baumeln an. Ne, bleib doch da. Komm hoch, zieh dich hoch. Und baumeln. Ich kann nicht baumeln. Kannst du nicht nach rechts? Ne. Doch, du kannst noch nicht. Ja, aber nicht so. Jetzt kann ich nicht mehr schwingen. Ah, da hättest du schnell gekonnt. Wieder zurück. Auch nicht schwingen. Kann an dir nicht schwingen, wenn du lose bist. Zack, zack. Kann man hier irgendwo noch hoch? Nein. Man muss, glaube ich, echt so, dann darüber, weißt du, und dann wieder. Ach so, ja, ich halte dich. Ja. Okay, hast du mich? Ja, ja. Hast du dich da festgehakt? Ja. Das war knapp. Danke. Gut, dass ich noch oben bin. Aber wir haben den Punkt auch, theoretisch, wenn wir... Okay, das war einfach. Rein theoretisch hätte man sterben können, nur wo. Ja. Bei höher ist du. Das Ding, das wir oben lang gegangen haben, das ist, glaube ich, gerade egal. Das ist halt oben lang gehen, da müssen wir nicht lang. Ne. Weil das komische Lichtchen da so... Ah, hier ist ein... Ach, du... Das müssen wir zwischen die Holzdinger reinschrauben. Oh. Hä? Oh. Wo jetzt hin? Ähm, ja. Ich hab hier Kacke gebaut. Jetzt. Ah! Das Ding muss hier hoch, einer muss mit drauf. Und dann musst du durch da links hin hangeln, weißt du? Ja, 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 ja. Hab's kapiert. Also, dann schreibt man quasi außerhalb noch. Ja, ich bleib hier. Und schnell hoch. Ja, und zieh mich. Hab dich. Ja, bin oben, hab mich festgegangen. Ich bleib sicherheitshalber mal hängen. War gut. Sonst müssen wir den ganzen Käse nochmal machen. Ja, ich bleib diesmal hängen. Ah, okay. Ne, müssen wir wieder miteinander machen. Kannst du mich ziehen? Ist ganz unten. Ja, ich hänge halt ein bisschen blöd. Ah, das war... Ah, warte. Wir müssen aneinander bauen. Nehme ich? Ja, okay. Ah! Okay, das war ein bisschen unkontrolliert. Wir müssen zusammen baumen gleichzeitig. Da hättest du es geschafft. Hätte ich losgelassen. Ja! Wenn du losgelassen hättest. Na? Ah, ich hab dich. So, baume rüber, Jung. Läuft doch. Ah, schon wieder im Faden. Wie viele Fäden hier im... Du musst, glaube ich, hier baumen, unten. Ah, okay. Das ist zu viel Faden. Äh. Danke. Das war ein bisschen weit. Mit dem hast du nicht gerechnet, dass ich gleich aufmache, ne? Ach, nee. So, ab dafür. Äh, ab in den Schlunt hier. Okay, ich dachte, man muss dann noch drauf auf die Plattform. Es ist... Ah. Hä? Von da oben, oder? Ah, lol. Ah, man muss hier noch... In Deckung gehen. Wir sind jetzt nicht... Wir sind jetzt... Ah. Nicht wirklich gestorben, oder? Wie hast du das gemacht, ist das? Äh, einfach festhalten und ziehen. Wie wenn du dich irgendwo langhangelst. Ja, wartest du noch? Mach nochmal. Okay, passt. Rette dich einfach mal. Ja, musstest du. Ja. Ich glaube, das war der Sinn dahinter, ne? Weil komischerweise sterb ich... ...trotzdem, auch wenn du stirbst. Hm. So dicke bin ich mit dir jetzt auch nicht. Aber wir hängen an einem Faden, ne? Das ist wie siamesische Zwillinge. Wir hängen am seitenen Faden. Äh, wir müssen hier hoch, glaube ich. Äh. Wir müssen wieder ein bisschen rutschen. Wie bist du jetzt da rübergekommen? Du musst ein Stück rechts runterrutschen. Ah! Was machst du? Warum hältst du mich fest? Oh, halt. Weil ich's kann. Was baumeln wir hier? Meine Ahnung. Ah, man muss da... Warte. Ja, man muss da hoch. Ah, okay. Oh, hoch. Da rechts ist noch so ein Baum, mein Ding. Wir müssen das, glaube ich, zu zweit machen. Na, was mach ich denn? Äh, ziehst du mich? Na, mal komplett hoch. Von da schaffst du's aber, ja? Ja. Wir sind schon... Du siehst, wo man sich fasziniert. Ich komm noch nicht hin. Gib mir Faden. Oh, ich hab Faden. Zieh mich. Ich hab dich. Und rüber mit dir. Hey, 5000 Fögerlooping. Zieh mich. Komm mit. Zieh mich, Jung. Zieh mich. Ob man stirbt, wenn man ins Wasser fällt? Wahrscheinlich nicht, aber man wird halt lang sind. Junge, wart doch mal. Motrof, auf schönes Wetter, oder was? Auf mich. Ich bin schönes Wetter. Bin da trunken. Ne, doch nicht. Oh, Fischi, jagt uns der wieder? Ich glaub nicht. Ich hoffe mal. Er probiert's halt direkt und schafft's. Easy. Oh, das... Oh! Oh, wir waren zugebreit. Wow. Beide holen mal Schwung, dass man... Wow! Alter, wie geil war das? Er springt auf den Fisch. Nee, jetzt wird's ein bisschen kompliziert, glaub ich. Ah! Wir müssen, glaub ich, wieder den Fisch nehmen. Oder der frisst uns. Ja, schade. Ich glaub, er hat mich gefressen. Ja, war lecker. Lustig, dass wir da jetzt rumgeflogen sind. Wart mal. Wart noch mal auf den Fisch. Lieber nicht. Oder? Kommen wir jetzt rüber? So. Zieh mich, zieh mich, zieh mich, zieh mich. Danke. Das war jetzt mit Gewalt. Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Hey, 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 hey. Ab dafür. Ja, man kommt hier nicht. Hä? Doch, man kann. Man kann hier ein Stück tauchen. Oder? Naja. Was muss man hier machen, überhaupt? Ist irgendwo eine Brücke oder so? Nee. Da drüben vielleicht? Komisch. Ach, oder einfach unten lang, oder wie? Nee, geht nicht. Na, festknoten können wir uns auch nirgends. Na, ich versuche mal da links rüber zu kommen. Geht aber nix. Hm. Was könnten wir alle machen? Einen Knoten oder hängen? Na, Knoten bringen es nicht. Warte. Bringen tun wir nicht so weit. Ach, zieh. Komm mit. Du musst auch, glaube ich. Hm. Hä? Warte, warte, warte. Ja. Komm mal mit noch. Du musst auch ziehen. Linken Trigger. Du musst jetzt linken Trigger halten und ziehen. Zieh. Mach ich. Bringt nix. Kannst du es halten? Jetzt halten. Ich bin drüben. Ja, hol noch. Oh, egal. Jetzt nicht mehr. Wolltest du noch das Ding holen, oder wie? Oh, wollte ich, aber geht schon. Na gut, wir wollen ja keine 100% hier. Oder müssen die ja nicht. Ja, komm nicht drauf. Nee. Huh. Ah, da oben war ein Ding zum Festhalten. Ich bin tot. Ich lebe. Ja, wow. In der Welt voll scheiße. Warte auf mich. Ich will vor dir wegrennen. Nicht vor mir. Uhuhu. Okay. Uiuiui. So. Jetzt sind wir an Land. Da kann uns Fischi nix. Gleich kommt so ein Hecht gesprungen. So zack. Ciao. In den Sack weg bin ich. So, come up, bitches. Was ist das hier für ne Käsereibe? Man muss, glaube ich, einfach drüben. Ja. Ach, dann zieh mich. So. Und hepp. Bin drüben. Hä? Was kann man denn noch machen? Ist denn noch irgendwas? Nein. Andere Seite. Nein. Geh mal da oben hin. Und, äh, mach das hier vorher fest. Warte, ich mach mal. Okay, dann mach mal. Ersehen dich. Hm? Habe ich jetzt nicht den Knoten gemacht? Ja. Ich hab mich festgeknotet. Ah. Plötzlich haben wir ein ganz neues Level. Ja. Schon, aber... Wie müssen wir hier? Wir haben immer noch den Stein. Ah, hier haben wir rechts noch einen Knoten. Hier. Wollen schiefst du das Ding? Das war natürlich so gewollt. Nimm mich hoch. Ja, ich... Oh, falsche Taste. Ja, komm. Du musst da rein. Naja. Bin dabei. Ist okay. Okay. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das funktioniert. Wir müssen den Stein dann nochmal so draufkriegen, irgendwie. Geh mal auf das andere Ding. Wohin? Wohin? Ganz hinten? Ja? Nein. Nee, das leider... Ist aber auch wieder irgendwie ein... Knoten? Da oben ist ein Knoten. Ah. Ja, dann können wir ihn wieder hochziehen. Ich schieb schon mal. Ich schieb das Ding schon mal. Äh, willst du nicht vorher raus? Ja. Wollen wir denn den Knoten los? Ja, sind. Wo war der Hebel fallen? Weiß es nicht. Warte. Ah. Schmeiß doch nicht runter. Wir haben uns hier ein bisschen verheddert. Kannst du mal halten? Warte, ich komme rüber. Oder so. Ich komme nicht rüber. Dann verheddert es dich ja noch mehr. Ja, warte. Du hast ja festgeknudelt. Okay. Hä? Warte mal. Ach. Wir müssen hoch und von hoch müssen wir dann da rüber spannen. Hier. Hier ist noch eins. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Deswegen. So, jetzt spannen wir hier. Warum geht man nicht hier? Ah, man muss dann den Stein mitnehmen, damit man hier rüberkommt. Ja, genau. So, bind mal fest. Ja, habe ich. Oh, jetzt haben wir es. Vielleicht. Das reicht nämlich nicht. Ich? Ah, geh wieder auf die Dingens. Geh auf den Holzsteg. Ganz rechts, genau. Ich werfe mal. Ah. Ziemlich hoch. Okay. Wie kompliziert, Freunde. Werden wir mehr so Wurfrätsel kommen, oder wie? Ich weiß es nicht. Eigentlich sollten wir langsam mit dem Kapitel auch durch sind. Und ich will jetzt ungern mitten in der Folge werden. Äh, mit einem Kapitel. Hm. Verstehe dich schon. Oder Schwan. Aber viel kann ja nicht mehr. Ja, der schläft. Äh. Okay, der schläft. Habe ich ja gesagt. Alter, der fliegt einfach weg. Mega nice. Also, Level Design gefällt mir. Ja. Auch die Story, weil man sich sie doch ein bisschen zusammenreiben muss. Mhm. Uiuiui. So. Aber die 15 Minuten dürften wir eh schon voll haben, oder? Schon lange, aber... Ah, da sind wir eh durch. Ja, darauf wollte ich halt warten. Heute meine längere Folge, Freunde. Kann man ja mal machen. Komm mal immer. Gucken wir mal, ob wir auch wirklich zum Leuchtturm kommen. Ja, nochmal schon, oder? Ja, ich glaube schon. Bei so einer Sequenz. Da sind wir beim Leuchtturm, Freunde. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Denkt dran, wir spielen online. Ähm, ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und über eure Kommentare. Freuen wir uns auch immer. Bis dahin, hau da rein. Ciao. 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 Ciao.